Willkommen zu 30 Sekunden Kita-Recht. Heute mit ein bisschen Werbung in eigener Sache, nämlich mit der neuesten Ausgabe der Kita-Recht aktuell. In der schreibt unsere Kollegin Frau Rechtsanwältin Trenner ausgiebig über Datenschutz in der Kita. Wie also mit den Fotos der Kindern datenschutzrechtlich umgegangen werden darf und sollte. Wie es sich bei den Kita-Sommerfesten verhält, wenn andere Eltern die Digitalkamera zücken. Wie es mit der Sprachlern-Dokumentation zum Beispiel ist. Alle solche Fragen werden im doch recht umfangreichen Aufsatz unserer Kollegin sehr lesenswert angerissen und beantwortet.